Im letzten Video haben wir eine mehrsprachige Tabelle erstellt, wo man hier die Sprache auswählt und dementsprechend ändern sich oben die Überschriften. Hier unten hatten wir unser Nachschlagwerk oder unsere Nachschlag-Tabelle bzw. Matrix. Und hier haben wir den Ist-Verweis eingebaut, der dann nach dem Suchkriterium die Sprache hier, die ausgewählte Sprache sucht in diesem Matrix. Die Matrix wurde hier ausgewählt, das ist dieser grüne Bereich hier und dann haben wir hier die Spaltenindex und falsch. Jetzt von der Funktionalität her ist diese Tabelle einwandfrei, nur professionell ist sie gar nicht, weil normalerweise legt man die Nachschlagwerke oder diese Matrixen in einer separaten Tabelle. Warum? Weil zum Beispiel hier ist es sehr schwierig meine Tabelle zu erweitern, weil diese Matrix im Weg steht. Da müsste ich die Matrix immer aus dem Weg schieben, entweder nach rechts oder nach unten. Das zweite Problem bei dieser Tabelle ist, wenn ich jetzt eine neue Sprache hinzufüge, nehmen wir mal irgendwas hier unten, der Matrix, den ich ausgewählt habe, hat nicht mehr die Sprache hier drin in sich. Das heißt, ich müsste die Matrix in dem Fall erweitern. Jedes Mal, wenn ich eine neue Sprache hinzufüge, müsste ich eigentlich die Matrix erweitern. Und das ist dann jetzt zu viel Arbeit. Deswegen eine bessere Methode ist, dass man diesen Matrix in einer separaten Tabelle legt. Und zwar, wir werden es mal so machen, wir werden mal das hier löschen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Natürlich fliegt jetzt alles drauf, wir werden hier auch die Formel komplett löschen. Wir fangen mal von vorne an. Ich habe hier eine Tabelle, das ist unsere Matrix, der ist in einer separaten Tabelle. Und wir werden jetzt hier einen S-Verweis erstellen, der als Matrix diese Tabelle verwendet. Und wie wir es machen, ist wie gehabt, ein Funktionsassistent, S-Verweis, Sokretär, es hat sich da gar nicht geändert, Deutsch, also die Sprache vielmehr A2. Dann, die Matrix ist jetzt nicht mehr ein Bereich, sondern die Tabelle. Und hier, dadurch, dass uns die ganze Tabelle als Matrix zur Verfügung steht, müssten wir nicht mehr einen Bereich markieren, so wie zum Beispiel sowas, sondern man markiert die ganze Spalte. Okay? Spaltenindex ist hier beim Vornamen immer noch die 2, weil unser Vorname steht in der Spalte 2. Und Bereich, wie gehabt in dem letzten Video, ist falsch. So, und da haben wir schon den Vornamen. Und das heißt, wenn ich jetzt eine weitere Sprache hinzufügen sollte, dann wäre sie auch in der Matrix drin, weil der Matrix in dem Fall ist nicht nur von da bis da, sondern die ganze Länge von jeder Spalte. Jetzt, man könnte das selber hier auch bei den anderen machen. Wir machen es aber ein bisschen anders, weil, zum Beispiel hier, machen wir es mal ohne Assistent, S-Verweis, jetzt, Suchkriterium ist wie gehabt die Zelle A2, weil das ist unsere Sprache, Semicolon, jetzt gehen wir mal rüber zur anderen Tabelle, und Sie sehen, automatisch kommt der Tabellenname hier mit so einem Ausrufzeichen dahinter, und jetzt markiere ich die Spalten, die ich benötige. Jetzt, wir wollen den Nachnamen, der Nachnamen ist in Spalte 3, aber diesmal werden wir keine 3 reinschreiben, sondern wir schreiben einfach das hier rein, C1. Das ist die 3. Und dann falsch. Und da kommen wir auf dasselbe Resultat. Ja, und das heißt, anstatt, hier haben wir die 2 manuell per Hand eingeschrieben, man kann auch die Spaltenindexe hier reinschreiben, und dann kann man dann automatisch den Zeltbezug reinlegen. Was das für ein Vorteil ist, folgendes, man kann jetzt die Formel nach rechts ziehen, man muss aber aufpassen, wenn wir jetzt, das haben wir in zwei Videos vorher, habe ich das schon erklärt, wenn man nach rechts zieht, muss man aufpassen, manche Zellen dürfen sich gar nicht verschieben, zum Beispiel die A2. Wenn ich jetzt die Formel nach rechts ziehe, dann wird sich die A2 in einer B2 umwandeln, das will ich gar nicht. Deswegen muss ich hier die A2 vorab festlegen mit der F4-Taste. Und jetzt könnte ich die Formel einmal rüberziehen. Habe ich hier immer noch einen Fehler. Ah, auch wieder ein kleiner Fehler. Habe ich auch wieder was, machen wir rückgängig. Und zwar, nicht nur die A2 muss festgelegt werden, sondern die Spalten A bis E auch festlegen, weil die dürfen sich auch nicht verschieben, sonst verschiebt sich der ganze Matrix nicht mehr. Der Matrix wäre dann nicht mehr die Spalten A bis E, sondern B bis F. Und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Also ich habe jetzt festgelegt, das, was sich nicht verschieben darf, die A2 und der Matrix, habe ich jetzt festgelegt mit diesem Dollarzeichen. Das macht man mit der F4-Taste. Und jetzt könnte ich den S-Verweis nach rechts geben, ohne Probleme, und muss ich nicht mehr die Formel x mal schreiben.